Du siehst... Unglaublich! Ja, ich sehe überglücklich aus, gell? Ja, ich bin überglücklich! Leute, vielen herzlichen Dank für jeden Klick, dass ich diesen Stein heilen durfte. Es bedeutet mir und vor allem meinem Team auch mega viel. Und ja... Ich freue mich einfach! Du siehst auch, ich glaube, es ist noch niemand so glücklich, da rauszukommen wie... Ich habe so nicht mit gerechnet und ich habe keine Ahnung mehr, was ich auf dieser Bühne gesagt habe. Ich bin so verwirrt, ich bin auch noch fast umgeflogen beim hinauflaufen, aber... Ja, und ich freue mich jetzt einfach und geniesse es und... Es wird feiert heute Abend! Wie feiert denn Beatrice Egli? Tanzen, 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 tanzen! Ich liebe Tanzen und das werde ich heute Abend machen mit allen, was es geht. Und morgen muss meine Familie dran glauben. Morgen feiern wir zusammen, Mädels und Jungs. Und sowieso... Gibt es auch noch ein Tänzchen mit dem James Plant? Ja, wer weiss, der James Plant mit dem feiern wir natürlich auch noch! Eine hübsche Mann da! Kann alles passieren? Mit James Plant oder Alvaro Soler? Ich bin schon ein bisschen Sofia-Fan. Alvaro... Spanisch ist und bleibt eine andere Energie, aber ich würde sagen, beides gute Jungs, oder? Was meint ihr so? Du kennst an alle Realität! Angst, ganz herzlich! Dankeschön. Du bistXT!